Landwirt zu sein, das bedeutet mir eigentlich ziemlich viel. Du wachst mit dem Betrieb auf und lebst dich da rein, das ist gang und gäbe bei uns. Das Bergbau an Thunberg macht den Spaß, weil man halt in der Natur lebt, mit der Natur lebt, weil sonst funktioniert das nicht. Das Lebewesen, die pflegt meine Landschaft und das sind auch meine Mitarbeiter im Stall. Man kann nicht ganz genau sagen, das hat jetzt so gepasst, sondern es gibt immer Abwechslung und etwas Neues. Die Vielfältigkeit der Tätigkeiten, die man so hat, bringt man eigentlich nur dann unter den Hut, wenn alle miteinander arbeiten. Und wenn man da aufgewachsen ist, dann ist das halt einfach eine Sache, die man gerne macht und die man dann auch gerne weitermacht. Ich möchte Landwirt werden, weil es abwechslungsreich ist und einfach schön. Bei einem Selbstständigen sagt man selbst und ständig. Das ist halt bei einem Landwirt auch so. Es ist halt vielleicht viel Berufung mit dabei. Landwirtschaft ist auch ein Stück Leidenschaft. Das magst du oder magst du nicht. Wir sind halt 365 Tage da im Jahr, sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang immer und mit Leidenschaft. Auch wenn es manchmal schwerfällt. Was braucht ein Mensch deshalb, die vielleicht so mancher öfters mal die Frage stellen? Das ist ja eine sehr abwechslungsweiche Arbeit und auch eine viel Arbeit. Aber ich möchte es ja gar nicht anders tun. Es ist mit allen Berufen so. Ich muss mit den Nachteilen leben können, aber mit den Vorteilen wohl jeder lebt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020